Das ist unser Benji, ein elf Jahre alter Erdreelterrier. Benji ist seit Anfang März bei uns, weil seine Vorbesitzer schwer erkrankt sind. Er ist für sein Alter topfit, er geht sehr gern spazieren, er ist auch verträglich mit anderen Hunden, er mag Kinder gern. Er ist eigentlich ein völlig problemloser Hund. Benji ist zwar super beliebt bei unseren Gassigängern, gerade auch bei den Familien mit Kindern, weil er so problemlos ist, aber er hat halt das Richtige zu Hause noch nicht gefunden. Er wäre auch für ältere Leute ideal, weil er vom Wesen her doch recht ruhig schon ist, geht aber noch sehr, sehr gern spazieren. Im Garten wäre toll und halt Leute, die einfach viel, viel Zeit für ihn haben. Benji! Komm her! Ihr feiner Hund! Ihr feiner Benji! Ich bin ein Wesen, 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 ich